Was ein gemeiner Stern. Ich kann mal gut übersehen. Aber man sieht ihn wahrscheinlich, wenn man den Ding insnimmt, den Weg. Du hast einen geheimen Stern erhalten. Yay. Hurra. Ich bin erfreut. Jetzt zahle ich nochmal noch einen. Hurra. Ich will nicht. Ich will die nochmal da rein. Das ist auch das gemeine Level. Na gut. Indeed. Not the big surprise. Na gut. Was hier aber nichts ist, ist großartig. Man kann nicht mal Wandsprünge machen, die an den Wänden. Wie gemein. Vielleicht sieht er unten eine Bowser-Statue und denkt mir so, da wird sie irgendwo herankommen. Weil ich komme halt dran. So gemein. Na gut. Schlange der Gliedsweite. Oder dritte und vierte, wie auch immer ich gestorben bin. Shit, 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 shit. Nein, 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 nein. Das reicht nicht. Okay. Das reicht nicht für eine Reichweite. Uh, das ist ja nicht geklappt. No, ist gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Das ist eine Tür. Hab's genau gesehen. Das Ding bei dem Sterntor ist eine Tür. Damit. Dankes Spiel. Toller Gegner. So. Ich bin daneben gefallen, ich krieg ne Meise. Zumindest kriegen wir drei Leben immer geschenkt. Zumindest kriegt man drei Leben geschenkt, das finde ich super nett und ansehnlich. Damit sie den einsammeln. Oh, das ist sinnvoll. Gut. Gut. Rauschen. Ich hab ein scheiß Level. Oh. Okay. Das Ding kann sich bewegen, aber nicht umkippen. Okay. Die Geisternebel im Hintergrund sind gruselig. What the hell. Du wirst sterben. Ah, super. Goose. Okay. Ich sehe schon, die werden ausgefahren. Richtig? Au. Okay. Das ist cool. Nein. Oh. Das wird wieder auf dem Schuh. Na gut. Ich hab so wild. Hab dich. So, wo landet ihr ganz oben? Bin ich ganz oben? Oh, Gott sei Dank. Oh. Hi. Wo sind die Buhu? Die sind weg. Schade. Ich hätte gerne auf dem Bild gehabt. Ich hätte gerne auf dem Bild gehabt. So schön dann für den Paar als Fampel nehmen oder sowas. Hahaha. Gut. Ganz, ganz, ganz viele Dinger. Abgeschlossen. Yay. Ein Brief für dich. Ich hab einen Brief gekriegt. In Raumwirbelgalaxie. Hausmeister. Oh. Oh. Mal. Raumwirbelgalaxie. Ich weiß wo die ist. Die war da. Wo ist da ein Stern? KD? KDD? So hat der neusten Robben. Im ersten Level. Oh. Spannender hinter der Kuh. Wozu geil soll der sein? Hausmeister. Was? Hausmeister. Warte, Hausmeister. Warte, was wir auch eben was gesammelt haben richtig. Ich muss wahrscheinlich ein Bonbon bringen. Oder so. War super. Das war ein geiler Fall. Haha. Aua. Passt. Alles klar, Master. Bis, ähm... Demnächst, morgen, später? Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So. Was will der Hausmeister von mir? Wo ist der überhaupt? Er ist nicht da unten. Mist. Hi, Bombe, hier bin ich. Hi, Bombe. Hier bin ich. Gut. Also, was will der haben? Der will einen Bombe haben, oder? Das heißt, ich muss ihn zu ihm bringen. Im Lauf, wahrscheinlich. Was soll der sein? Hier? Oder will der einfach diesen Kreisel haben? Was soll der Hausmeister von mir bekommen? Hata. Das ist der Hausmeister. Aber ich muss mich nicht verfolgen. Das ist der andere. Das hier ist der Eiwe. Aber das ist der Eiwe. Und das ist der Eiwe. Das ist der Eiwe. Das ist der Eiwe. Das ist der Eiwe. Weißt du was? Ich bin ganz vernaht in diese roten Schnuckel. Warum ist mir nicht ein von diesen, von deren hierher? Okay. Okay. Also in roten. Das kann schwierig werden. Ähm. Gerade wegen den Bob-Operen umgegeiert. Ich muss ihn hier durchführen. Aber das ist ohne, dass er irgendwo gegen donnert. Komm schon, das schaffst du. Jawoll. Jawoll, komm hier rüber. Hier bin ich hier, bin ich hier. Hier bin ich, hier bin ich, komm. Okay, diese kleinen gelben, ja, gerade. Ja, komm hier rüber. Jawoll. Aha. Wenn am Morgenabend, alles klar, dann bis morgenabend. Schönen guten Abend. Oh, ist nicht hinreißend, so süß, vielen Dank. Oh, je. Klaro, abgemacht, ist abgemacht. Dieser Power-Share ist jetzt deiner. Oh, yeah. Oh, yeah. Meiner. So nicht sterben. Ja. Ha, 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 ha. Oh. Ba, da, da. Während die da unten nachher umfahren, die beschreut mich, alle töten wollen. Ha, ha. Oh. Hier. Gut. 76. Die Galaxie ist komplett. Jetzt können wir zurück zu dem Dreck, was Buhu sind, oder? Sagt Lustig, es ist mal ein schrottigen Hausmeister hat gebracht. Ein goldiger und ein silberner. Hoffentlich entspannt er sich anstatt alle herum zu kommandieren. Was meinst du? Es ist ein Hausmeister. Die fahren alle zusammen in einem Dingens, ja? In einem Auto. In einem Jeep. Ja, und machen nur scheiße, die verarschlichen Leute. Also einfach voll die Arschlöcher zu allen. Oh, ich verkauf das Dingens, merkwürdig. So. Uhuhu. 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 Wenn jetzt die zweite Tür hinter dem Stern aufgehen sollte, dann weiß ich genau, wo ich bin. Lass dich treiben, Geist Mario. Uhuhu. Ich bin ein Geist. Das ist eine schöne Fähigkeit. Anliegen sich treiben lassen. Oh boy. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe committed install after life. Oh, du auch. Cool. Ich habe ganz stark, dass ich keinen von denen brauche. Aha. Der Start von Bowser Jr. die werde ich zerstören müssen. Irgendwie. One up. Gut. Das habe ich auch schon. Er ist ein Geister. Dann Bild und Buch. Ah? Ich kann gar nicht an der Wand laufen. Das macht ja komisch aus. So, was war hier? Da ist nix. Weiter, Uhuhu. Das haben wir da. Kein One up. Oder kein Uhuhu. Zwei Geister, die in die Wand gerügt sind. Da ist noch eine Münze. Da ist ein Bowser. Scheiße, wie weit muss ich hier laufen? Ich weiß, was? Ah. Da ist eine Röhre. Äh, wir kommen zur Röhre. Oder kann ich noch ins Fenster springen? Durch das Geister-Bild? Nee, ne? Nö. Okay. Da ist aber so Junior. Verdammt! Was ist dieses Level? Ich laufe einfach mal alles ab, was ich noch nicht gesehen habe. Wo ich denke, wo ich nicht viel hergelaufen bin. Aber gut, dass man sich Bums dagegen werfen kann. Und dann kann ich auch die da reinwerfen. Ich bin das Bild? Nö. Ich bin nicht bei Luigi's Menschen. Okay. Bringt nix. Warum ist das ein Bild von einem One-Up? Warum ist das ein Bild von einem Bowser? Äh, eine Statue von Bowser. Tragen wir Fragen, aber da oben ist noch ein Abteil mit Münzen. Weiß ich weiß nicht alles. Ich kann auch nicht höher schminken. Okay. Das ist ein Abteil, den ich noch nicht gesehen habe. So ein Mist. Das war doch kein Mensch. Da komme ich auch nicht. Das ist ein ganzer Buhu-Armader. Seitdem... Seitdem... Ich muss hier entlang. Das ist das Ding. Okay. Lass mich ja nicht sehen. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Gut, stirb, stirb, stirb. Ich schätze hier oben ein bisschen rum. Oh, je. Hat nichts gebracht. Oh, der ist in mir gespawnt gewesen. Ey, wie sind die scheiße. Okay. Falscher Weg, falscher Weg. Haben sie den Weg umgedreht? Nee. Wir sind auf jeden Fall am Anfang. Entweder brauche ich... Feuer hierfür. Oder aber einen Weg, den ich noch nicht gegangen bin. Bauer hat schon in der Statue erstmal nach links. Da ist der Buch. Das ist ein komisches Level. Ich verstehe das nicht. Das ist merkwürdig. Da war die geheime Tür. Fucking hell. Was ist das ein Blödsinn? Ah. Okay. Wait. Bin ich jetzt in der 2D-Version von diesem 3D-Gebilde? Oh, mein Herrgott. Oh, mein Herrgott. Na super. Na super, ey. Du bist kein Geist. Ah, danke Schild. Das war mir auch klar. Ich dachte, mit dir kann man reden. So ein bisschen normalen Bucher mal quatschen. Ja, gut. Scheiben, das sind diese Typen Asis. Richtige Asis. Asi-Geister. Button-Mesh auf A. Ganz schön hochgefahren. Gegen Decke fliegen. Und dann drunten sich bar gleiche durch. Irgendwas. Weiß ich. Runter. Gut. Danke, Spiel. Sehr, sehr hilfreich. Danke. Ich sehe, gerade meine Leitung verliert gerade an Power irgendwo. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber... So. Hier oben durch. Ich kann uns gucken, durch. Oi. Sie sind Asis. Was hast du mega, mega Asis? Das ist merklich mit Geister Mario. Das fliegen mit ihm mag ich nicht großartig in dem Spiel hier. Ah, durch die Unsichtbarkeit kann ich auch durch die Dinge durchfliegen. Alles klar. Durch die Winde. Bin ich unsichtbar, bin ich auch unverwundbar. Ha. Oder auch nicht. Ja. Oder auch nicht. Button Mession of A ist Bullshit. Ah, wäre kaum noch diese Schwachsinnstil. Die kann man nicht einfach A gedrückt halten. Ehrlich, das ist nervig. Ich habe geschüttelt. Ich habe geschüttelt. Das hat man gesehen sogar. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017